Hi Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Chartanalyse. Im heutigen Video sprechen wir über die vermutlich am meisten diskutierte Aktie aktuell und zwar die Coinbase Aktie, über die wir zuletzt im Video von vor 6 Tagen gesprochen haben. Das Video mit dem Titel 53.000 US-Dollar Rally jetzt natürlich bezogen auf den Bitcoin. Wir werden also über die aktuelle charttechnische Lage bei der Coinbase Aktie sprechen. Nehmen noch den Bitcoin dazu, denn im letzten Video haben wir über mein bullisches Preisziel gesprochen bei rund 52.750 US-Dollar. Damals stand der Bitcoin noch bei 47.000 US-Dollar und wie wir wissen, wurde dieses Preisziel inzwischen punktgenau erreicht. Darum schauen wir uns da auch nochmal die Lage an, blicken zusätzlich auf den Ethereum Chart und sprechen über die aktuelle Bitcoin Dominanz, die dafür verantwortlich sein wird, ob wir in den nächsten Wochen und Monaten eine starke Altcoin Rally sehen werden oder nicht. Das alles im heutigen Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich mit einem Daumen nach oben unterstützen würdest und nach einem kurzen Intro geht's weiter. Los geht's! Bevor wir auf den aktuellen Coinbase Chart gehen, fassen wir doch einmal kurz zusammen, was hier in den letzten Wochen passiert ist und wie wir das Ganze bei uns im Discord kommuniziert haben. Hier mal ein Chart vom 17. Januar. Da sind wir eben davon ausgegangen, dass die Coinbase Aktie aus der roten Zone in die grüne Zone fallen wird. Die grüne Zone haben wir als eine Kaufzone definiert. Preisziele zwischen 138 und 118 US-Dollar. Und von dieser grünen Zone aus sollte es mit der Coinbase Aktie nach oben gehen. Kurz vor den positiven Quartalszahlen gestern, von denen wir natürlich nichts wissen konnten, hatten wir am 13. Februar immer noch die gleiche Prognose auf unserem Chart und haben gesagt, wenn Coinbase es schaffen sollte, über die 162 US-Dollar und 70 Cent rüber zu laufen, werden wir diese beiden Preisziele aktivieren. Bei 196 und 217 US-Dollar. Und nach den Quartalszahlen haben wir gesehen, dass die Aktie bereits vorbörslich sehr stark gestiegen ist und diese Rallye jetzt weiter fortsetzen konnte. Und damit stehen wir jetzt auf dem Live-Chart bei einem Preis von 190 US-Dollar und sind somit sehr kurz davor, unser erstes bullisches Preisziel zu erreichen. Ist jetzt also rückblickend wirklich sehr gut gelaufen, dieser Long Trade. Was ich euch mit diesen Screenshots aus unserem Discord auf jeden Fall sagen wollte, ist, dass man nicht jedes Mal unsicher sein soll, wenn der Preis jetzt 1% nach oben geht oder 1% nach unten geht. Da sieht man ja immer wieder, dass Anleger keine Strategie haben und einfach nach Bauchgefühl handeln. Darum, wenn du hier an solchen Chart-Analysen und einer charttechnischen Begleitung interessiert bist, schau auf jeden Fall bei uns im Discord vorbei. Und an dieser Stelle möchte ich jedem gratulieren, der in dieser Zone eingestiegen ist und vor allem auch den Mut hatte, einen 40%igen Abverkauf in der Kaufzone zu kaufen und das Ganze dann auch wirklich durchzuhalten. Stand jetzt, solltet ihr, wenn wir die Mitte dieser Kaufzone nehmen, ungefähr knapp 50% im Plus sein. Beim ersten technischen Preisziel sind es 53%, bis zum zweiten sprechen wir von rund 70%. Auf jeden Fall ist das ein sehr guter Gewinn für so eine kurze Zeit und da kann man sich wirklich nicht beklagen. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir immer richtig liegen oder ich als Analyst eben immer richtig liege. Ich handle auch nur nach der höchsten Wahrscheinlichkeit und meiner Meinung nach war die höchste Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Coinbase-Preis von dieser Zone aus nach oben gehen wird. Wie wir im Nachhinein gesehen haben, hat das jetzt auch wirklich sehr gut funktioniert und darum noch einmal Glückwunsch an alle, die bei diesem Trade dabei waren. Jetzt ist die große Frage natürlich, sollte man an diesen Preiszielen die ersten Profite nehmen, den Trade komplett schließen oder wie sieht das hier mittel- und langfristig aus? Gibt es überhaupt noch Möglichkeiten, in die Coinbase-Aktie einzusteigen, wenn man zum Beispiel noch gar nicht eingestiegen ist oder zu früh Profite genommen hat? Genau über diese Punkte können wir im heutigen Video sprechen und zwar muss ich von vornherein schon sagen, dass ich bei der Coinbase-Aktie übergeordnet weiterhin bullisch gestimmt bin. Und zwar haben wir mit dem heutigen höheren Hoch zu unserem letzten Hoch bei 187 US-Dollar eine neue bullische Bestätigung, eine Bestätigung dafür, dass es hier mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erst mal mittelfristig weiter nach oben gehen wird. Natürlich haben wir jetzt hier unsere beiden technischen Preisziele offen bei 196 und 217 US-Dollar, aber ich persönlich glaube, dass die Coinbase-Aktie sogar noch mehr Upside-Potenzial hat, mindestens mal in den Preisbereich der 240 bis 250 US-Dollar, wo wir das Fibonacci-Golden-Pocket finden von dieser gesamten Abwärtsbewegung, also dem Hoch vom November 2021 bis zum Tief im Januar 2023. Heißt also, dieser Preisbereich wird auf jeden Fall ein sehr starker Widerstand sein. Für all diejenigen, die bei der Coinbase-Aktie nur kurzfristig investiert waren, sind diese beiden Preisziele auf jeden Fall relevant und in diesen beiden Preiszielen würde ich zumindest mal Teilprofite mitnehmen. Ich meine, er kennt das Spiel, wer in diesem Preisbereich zum Beispiel eine zu große Position aufgebaut hat, könnte die Position jetzt im grünen Preisbereich zumindest einmal reduzieren und den Rest einfach weiterlaufen lassen. Durch dieses höhere Hoch, das wir aktuell auf dem Chart sehen und somit auch, wie gesagt, die mittelfristig bullische Bestätigung dafür, dass es hier mit einer höheren Wahrscheinlichkeit weiter nach oben gehen wird, halte ich sehr langfristig sogar Preisziele von bis zu 330, 368 US-Dollar für realistisch. Das wäre ein weiterer Preisanstieg vom aktuellen Preislevel von 70 bis zu 93%. Ist auf jeden Fall nichts Unwahrscheinliches, denn genau in diesem Preisbereich war die Aktie schon mal im November 2021. Genau dieser Preisbereich war der wichtige Widerstandspunkt, an dem die Aktie massiv abverkauft wurde. Wir sprechen hier, meine ich, von über 90%. Um genau zu sein, waren es bis zum Tief 91,4% von diesem November hoch. Und das ist eben der Grund, warum ich persönlich sage, wenn man aktuell in Coinbase investiert ist, würde ich auf keinen Fall die gesamte Position verkaufen. Man kann zwar auf dem Weg nach oben Profite nehmen, das macht natürlich Sinn, auch mal um Gewinne zu sichern. Das freut einen natürlich auch, wenn man Gewinne wirklich realisiert hat und nicht nur die grüne Zahl im Depot sieht. Aber auf dem Weg nach oben würde ich zumindest bis zu diesen 330 US-Dollern 20% der Positionen im Depot lassen, denn dann kann man sich noch einmal freuen, wenn man die Aktie bei über 300 US-Dollar abstoßen kann. Natürlich kann das Ganze noch mehrere Monate dauern. Wir wissen aber, dass wir uns auf dem Kryptomarkt noch in einem Bullrun befinden und der Bitcoin hat noch viel Upside-Potenzial. Wir sind noch nicht mal über 60.000 US-Dollar ausgebrochen. Und meiner Meinung nach wird der Bitcoin in diesem Bullenmarkt auf jeden Fall sechsstellig werden. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Preise von über 100.000 US-Dollar sehen. Und da muss man dann einfach mal schauen, wie weit die Aktie bis dorthin mitsteigen wird. Sie natürlich charttechnisch begleiten. Ich habe nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen bei uns im Discord diesen Chart hier gepostet. Da sieht man einfach die Korrelation zwischen dem Bitcoin-Preis in Orange dargestellt und dem Coinbase-Preis. Da habe ich dazu geschrieben, dass der Bitcoin ja schon ein neues Hoch gemacht hat. Darum wäre es nicht unwahrscheinlich, dass auch die Coinbase-Aktie ein neues Hoch machen wird. Und heute sehen wir eben dieses neue Hoch. Darum wird es hier weiterhin spannend bleiben. Und da es hier eine Korrelation zwischen dem Bitcoin und Coinbase gibt, werden wir uns jetzt mal den Bitcoin-Preis anschauen. Dort stehen wir nämlich an einem wichtigen Widerstand und wollen einmal darüber sprechen, wie es hier mit einer höheren Wahrscheinlichkeit weitergehen wird. Mit dem Bitcoin selbst konnte man in den letzten Tagen nicht ganz so viele Profits machen wie mit der Coinbase-Aktie. Denn der Bitcoin ist von der oberen Grenze der letzten Kaufzone bis zu unserem Preisziel knappe 37% gestiegen. Und hier sieht man auch, dass wir das Preisziel, über das wir im letzten Video gesprochen haben, wirklich punktgenau angelaufen haben und seitdem um 1,5% abverkauft wurden. Wir haben es also bisher nicht geschafft, den Widerstand zu durchbrechen. Und aus diesem Grund habe ich den VIPs bei uns im Discord gesagt, dieser Preisbereich ist auf jeden Fall ein guter Bereich, um als kurzfristig Investierter ordentlich Profite zu nehmen. Denn die Wahrscheinlichkeit bzw. die Gefahr einer Korrektur von diesem Preisbereich aus ist recht hoch. Ich sage noch nicht, dass wir von hier aus mittelfristig bärisch sind, aber eine Korrektur ist auf jeden Fall wahrscheinlich. Diese Korrektur könnte locker mal 10% bis vielleicht sogar 15% betragen. Darum muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er in diesem Preisbereich Profite mitnehmen möchte oder nicht. Langfristig steht auf jeden Fall weiterhin fest, wir sind in einem Bullenmarkt und gehen langfristig davon aus, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass der Bitcoin in den nächsten Monaten bis auf über 100.000 US-Dollar laufen wird. Wenn wir uns die letzte impulsive Aufwärtsbewegung anschauen, würde ich bei einer kurzfristigen Korrektur Bauchschmerzen bekommen, wenn wir unter dieses rote Preisziel fallen würden, damit entsprechend auch über das Fibonacci Golden Pocket. Denn da wären wir nicht nur unter einem wichtigen Support, sondern hätten hier auch wiederum einen bärischen Ausbruch aus diesem aufsteigenden Kanal. Und das wäre dann schon mittelfristig auf jeden Fall bärisch. Dann würde ich davon ausgehen, dass der Bitcoin locker mal weitere 16% fallen könnte, zum Beispiel bis auf die 200-Tage-Linie. Aber so weit sind wir noch nicht, müssen jetzt auch noch nicht den Teufel an die Wand malen. Einfach mal beobachten, was der Bitcoin in diesen Preisbereichen macht. Ich kann natürlich auch nicht ausschließen, dass wir ein bullisches Breakout aus diesem Kanal sehen werden, nachdem wir vor allem hier ein bullisches Fakeout gesehen haben. Ich habe ja auch schon im Video vorgestern gezeigt, dass der US-Dollar potenziell schwächeln könnte in den nächsten Tagen und Wochen. Und ich meine, wenn der US-Dollar jetzt massiv nach unten fallen sollte, wäre es nicht unwahrscheinlich, dass der Bitcoin hier parabolisch weiterlaufen wird und entsprechend auch aus diesem Kanal nach oben ausbrechen wird. Aber das werde ich natürlich im Auge behalten und dich wie gewohnt bei uns im Discord auf dem Laufenden halten. Wir werfen jetzt mal einen kurzen Blick auf Ethereum, denn dort sieht auch alles weiterhin sehr schön aus. Wir haben auch bei Ethereum jetzt ein neues Hoch. Zu unserem letzten Hoch sind jetzt also nachhaltig über die 2700 US-Dollar ausgebrochen. Das war ja die Bedingung, über die wir im letzten Video gesprochen haben. Ich hatte nämlich gesagt, wenn wir über dieses Preislevel nach oben ausbrechen, wird es weiterhin wahrscheinlich bleiben, dass wir in diese bullischen Preisziele reinlaufen werden. Und bis zum ersten bullischen Preisziel haben knappe 3% nicht gereicht. Wir sind also kurz davor. 2960 US-Dollar halte ich im Moment für sehr realistisch. Das nächste Preisziel wäre bei 3230 US-Dollar und das letzte Preisziel aktuell bei 3550 US-Dollar, wobei wir dieses Hoch aus dem April 2022 anlaufen würden. Im Moment sieht der Ethereum-Chart also nach etwas mehr Upside-Potenzial aus als der Bitcoin-Chart. Und damit kommen wir zu unserem nächsten Thema, über das wir im heutigen Video sprechen möchten, und zwar die Bitcoin-Dominanz. Denn die Bitcoin-Dominanz zeigt uns, wie stark der Bitcoin in seiner Marktkapitalisierung ist, verglichen zu allen anderen Altcoins. Aktuell stehen wir hier bei 54%. Das heißt, das ganze Geld, was im Bitcoin investiert ist, sind 54% vom gesamten Kryptomarkt. Und damit ist der Bitcoin aktuell deutlich stärker als alle anderen Altcoins zusammen. Und was wir hier aktuell auf dem Chart sehen, ist ein weiteres kleines Breakout. Ich habe schon vor einigen Tagen bei uns im Discord gesagt, die Bitcoin-Dominanz sieht weiterhin stark aus. Ich gehe erstmal nicht von einer Altcoin-Rallye aus. Das Ganze kann sich allerdings schnell ändern, wenn die Bitcoin-Dominanz jetzt hier nach diesem kleinen Ausbruch noch etwas hochläuft und dann in diesem Rising-Wedge ein Top ausbauen wird, von hier aus aus dieser Zielzone abverkauft wird, aus dem Rising-Wedge nach unten ausbricht und somit mittelfristig bärisch sein wird. Das wäre genau der Punkt, an dem ich sagen würde, jetzt beginnt eine Altcoin-Rallye, jetzt wird Ethereum den Bitcoin massiv outperformen, jetzt werden die kleineren Altcoins Ethereum und Bitcoin outperformen. Denn diese Kapitalrotation haben wir in der Vergangenheit schon des Öfteren gesehen. Es ist nämlich so, dass wenn die großen Wale vom Bitcoin gelangweilt sind, weil da einfach nicht mehr ganz so viel Upside-Potenzial ist aus mittelfristiger Sicht, dann wird das Geld in die Altcoins rotiert. Es werden also die Altcoins gepusht. Da fließt auch wiederum mehr Geld von den Retail-Investoren rein und somit kann es zu einer starken Altcoin-Rallye kommen, während der Bitcoin in dieser Zeit nur seitwärts tradet. Jetzt muss man da allerdings aufpassen, denn eine fallende Bitcoin-Dominanz muss nicht immer gleich eine Altcoin-Rallye sein. Es ist nämlich so, dass wenn der Bitcoin jetzt anfängt zu korrigieren und die Bitcoin-Dominanz gleichzeitig fällt, dann wird der Bitcoin einfach nur stärker korrigieren als die Altcoins. Es wird aber der gesamte Kryptomarkt fallen. Das ist also auch eine Sache, die man verstehen muss. Eine fallende Bitcoin-Dominanz muss nicht automatisch eine Altcoin-Rallye bedeuten, sondern könnte lediglich bedeuten, dass der Bitcoin in einer Korrektur stärker fallen wird als alle anderen Altcoins. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, über den ich in diesem Video sprechen wollte, und zwar das Bitcoin-Halving. Was uns bevorsteht, soll ja ungefähr Mitte April kommen. Das vierte Halving in der Bitcoin-Geschichte. Und das schauen wir uns jetzt einmal kurz auf meinem Lieblings-Bitcoin-Chart an, und zwar den Chart, der uns den gesamten Preisverlauf zeigt. Das war unter anderem einer der Gründe, warum ich in diesen Preisbereichen nochmal ordentlich nachgekauft habe, sowohl Bitcoin als auch andere Kryptowährungen. Falls du hier schon länger auf dem Kanal dabei bist, erinnerst du dich wahrscheinlich noch, sind eben davon ausgegangen, dass wir auch diesmal aus diesem glasklaren, bullischen Falling-Wage nach oben ausbrechen werden. Genauso, wie wir es auch in den letzten Bärenmärkten gesehen haben. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern es soll darum gehen, dass es das Gerücht gibt, dass der Bitcoin-Preis immer vor einem Halving erstmal stark crashen muss und erst nach dem Halving in einen parabolischen Anstieg übergeht, der uns in diesem Fall auf die über 100.000 US-Dollar bringen sollte. Na dann, schauen wir uns kurz mal an, ob das auch wirklich so stimmt. Zum Beispiel im letzten Halving 2020, da ist der Bitcoin-Preis tatsächlich ziemlich stark runtergekommen, und zwar, um genau zu sein, um 71%. Allerdings muss man dazu sagen, dass das hier der große Corona-Crash war und allein im Corona-Crash ist der Bitcoin um 62% gefallen. Ich persönlich würde diesen Crash einmal ausklammern, denn es war einfach ein Black Swan-Event, in dem alles gefallen ist, also Aktien, Kryptowährungen und so weiter und das hat sicherlich nichts mit dem Bitcoin-Halving zu tun. Darum schauen wir einmal weiter in das vorletzte Halving 2016, wie sah es hier aus. Hier ist der Bitcoin auch recht stark gestiegen. Wir hatten sogar kurz vor dem Halving ein neues Hoch und genau hier hat dann auch tatsächlich wieder eine Korrektur gestartet. Der Bitcoin-Preis ist damals um 38% gefallen. Das heißt, während dem Halving ist der Bitcoin-Preis gefallen und kurz danach, also wenige Wochen später, sind wir in eine parabolische Phase übergegangen und haben den Bullenmarkt fortgesetzt. Und dann schauen wir uns natürlich noch das erste Halving an im Jahr 2012. Wie war es hier? Hier ist der Bitcoin von seinem Bärenmarkt tief massiv nach oben ausgebrochen. Vor dem Halving gab es einen kleinen Dip von ungefähr 28%. Doch im großen Bild ist das keine nennenswerte Korrektur und man sieht, dass der Bitcoin-Preis schön weiter hochgelaufen ist. Rückblickend kann man also sagen, es würde keinen Sinn machen, kurz vor dem Halving Profite zu nehmen, um nach dem Halving einzusteigen. Und das ist halt der Punkt, auf den ich hinaus wollte, denn wenn wir uns die Vergangenheit einmal anschauen, dann ist das keine so klare Sache, dass man jetzt sagen kann, okay, vor dem Halving definitiv verkaufen und nach dem Halving wieder einsteigen. Darum würde ich mich auf solche Sachen gar nicht erst konzentrieren. Wir konzentrieren uns einfach auf unsere kurz- und mittelfristige Bitcoin-Preisanalyse und werden dort die Entscheidungen treffen, ob wir Profite mitnehmen, ob wir aus dem Bitcoin aussteigen oder wo wir wieder Bitcoin nachkaufen. Aber übergeordnet kann man sagen, wenn der Bitcoin sich mal in einem Bullenmarkt befindet, dann sollte man eher an seiner Long-Position festhalten, als dass man sie verkauft, um ein kleines Stück weiter unten wieder neu einzusteigen. Denn übergeordnet sehen wir, dass jede Korrektur vor dem Halving im Nachhinein nur eine Mini-Korrektur war, in der es sich eigentlich nicht gelohnt hätte, Bitcoins zu verkaufen, um diese paar Prozentpunkte weiter unten neu einzusteigen oder sogar den Einstieg zu verpassen und damit einen Einstieg in den kommenden Bullrun gar nicht mehr erst zu finden. Um das Ganze vielleicht in ein, zwei Sätzen kurz zusammenzufassen, rein aus kurzfristiger Sicht steht der Bitcoin vor einem wichtigen Widerstand. Darum bietet es sich aktuell an, als kurzfristig Investierter auch mal Profite zu nehmen. Wir haben jetzt gute Gewinne gemacht seit der letzten Kaufzone. Du kannst also individuell entscheiden, ob du Gewinne mitnehmen möchtest oder aber auf so einen langen Bullrun spekulierst und dementsprechend auch weiterhin investiert bleiben möchtest. Kurz vor einem Bitcoin-Halving müssen wir nicht unbedingt verkaufen, es sei denn, der Bitcoin-Preis signalisiert uns etwas Bärisches, aber darüber werden wir in den nächsten Tagen und Wochen sprechen. Ich werde dich hier auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden halten. Darum, wenn du nichts verpassen möchtest, kannst du entweder gerne bei uns im Discord als VIP durchstarten oder hier mal ein Abo dalassen und einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einer neuen Analyse auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020